So Freunde, was geht, was geht, wie geht es euch heute, habe ich was vorbereitet für euch heute kam die Bestellung an, ich habe das alles schon ausgepackt, vorbereitet, ich habe schon Neosabs mit 6 Plus getrennt, also dass das alles in Kombination mit einem Anwachsenden Video ist, mit einem Vorstellungsvideo, was ich heute bekommen habe und was ich einnehmen werde, was vor allem ich mich sehr drauf freuen werde und was für mich eine neue Erfahrung sein wird und wo ich natürlich auch ein Fazit bekommen werde, aber nicht heute im Video, heute geht es nur um das Anwachsenden, beziehungsweise Vorstellungsvideo und natürlich meine 6 Plus Bestellung und ich würde sagen, let's go, viel Spaß. So Freunde, wir haben hier, das ist der Pump Booster von Neosabs, der Pre-Workout Booster, Ultimative Marke, 480 Gramm haben wir, das kriegt man hier auf Subs für 44 Euro noch was, wegen Mehrwertsteuer und sowas kommt auf an, wo ihr wohnt, wenn ihr direkt in Hamburg wohnen würdet, glaube ich, dann müsstet ihr nur 40 Euro bezahlen, das gehe ich mal von Haus, man weiß es nicht, davon nimmt man 2 Löffel auf 400 Milliliter Wasser ein, der Pump Booster, ich bin gespannt wie er ist, und jetzt den Fazit werde ich natürlich zum exakten Gegenpart Video machen, also zu einem Video, wo ich trainieren werde und dem Fazit sagen werde. So weiter geht's, dann haben wir von Sektplus, hier ist alles Sektplus Artikel, das ist Protein, also den Sektplus Kings Bar, das ist 50% Protein Schokosupreme, das sind Protein Regeln, die werde ich gleich mal eintesten, weil ich muss einen davon essen, bin gespannt wie Proteinreich die schmecken werden und wie die sein werden. Ja, jetzt geht's weiter, hier haben wir mein erstes Mal Glutamin AKG, das nimmt man normalerweise, kennt man ja auch nicht als Pulverform bei mir, nimmt man das einfach so einfach dabei, nach dem Training, weil die sind nämlich 3 Stück nach dem Training und 3 Stück vom Schlafengehen steht drauf, ich weiß nicht warum, aber ich mache es auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine kleine 30 Gramm Probe von Sektplus, das ist Klingkonzentrat Eiweiß, Geschmack Himbeer, weiße Schokolade, Maltodextrin, ihr wisst alle was das ist, 5 Kilo Variante, mein Kreatin Blackberry HCL, mein Beta Alamin, meine All in One Vitamin Tabellen, und mein erstes Mal bei Sektplus, dass ich Amino Ease Kapseln bestelle, wie ich die einnehmen soll, weiß ich noch nicht, ich lese das mal mit euch zusammen, ein bisschen weiter, da steht es, nehmen sie 7-10 Kapseln morgens vor oder nach dem Training, 7-10 Kapseln vor oder nach dem Training, die neckt mich am Arsch mal, ja das wäre es Freunde, wir schalten eben um zu meiner Perspektive, ich würde sagen Freunde, ich verabschiede mich, dem war ich noch ein Storybuch geladen, ich werde jetzt meine ganzen Sachen hier auspacken, das ganze Plastik entfernen von der Verpackung, und ich werde das euch natürlich im nächsten Video demonstrieren zum Funkbooster, ich würde sagen, haut rein, kleines Anwachs im Video, kleines Vorstellungsvideo, was auch in meiner Bestellung dabei war, bis zum nächsten Video, Ciao Amigos, Boys and Girls, lasst einen Daumenchen da, wenn es euch gefallen hat, so ein Wort ist kein Mord, und checkt natürlich die Videoschallung ab, den Sektplus Store, den Neosub Store und mein Partner, Set Red für Klamotten, kommt auch bald ein Video, haut rein, ciao.